Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr liebt es, ich liebe es auch. Ich habe wieder neue spannende 1 zu 1 Drogerie-Dubes zu High-End-Favoriten und Favoriten-Marken. Und ich bin super gespannt, wie die Produkte wirklich im direkten Vergleich nebeneinander aussehen. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich weiß nicht, was mit meiner Haut los ist. Deswegen knallen wir einfach ein bisschen Make-up drauf und sieht das Ganze hoffentlich gleich ein bisschen besser aus. Ich bin so ein bisschen durch meine Make-up-Sammlung heute Nacht emotional gegangen und dachte, Mensch, du hast echt ein paar Produkte und vor allem Dupes, die du noch nicht gezeigt hast. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das Ganze einfach und schauen einmal so ein bisschen durch. Und starten auch als erstes mit diesem Schätzchen hier. Das ist der Milani Skin Quench Hydrating Primer mit Hyaluronsäure und Kokosmuswasser. Ich habe ihn euch nur einmal gezeigt, aber der ist krass. Das ist eine sehr, sehr dicke Formulierung, der schon fast wie so ein Sonnencreme-Finish auf der Haut hinterlässt. Und bei Sonnencreme haben wir ja oft dann immer das super intensive, dicke Feeling auf der Haut. Und die Haut wirkt so richtig schön prall und glowy. Das ist ein guter Primer und vor allem auch eine gute Alternative. Ich werde das im Moment oft gefragt zu dem Holy Grail Primer von mir und Rival Love Me, den es ja so leider nicht mehr gibt. Ich habe leider noch nicht nachgefragt, ob wir den vielleicht irgendwie ein Standardsortiment bringen können. Der ist aber sehr, sehr gut. Der hat eine schöne, satte Formulierung und ist perfekt jetzt für die kältere Jahreszeit. Im direkten Vergleich dazu selbstverständlich die Charlotte Tilbury Magic Cream. Das ist eine sehr, sehr tolle Creme. Hier seht ihr sie einmal. Sehr dick, sehr reichhaltig. Hat im Prinzip dasselbe Finish, wobei beim Charlotte Tilbury natürlich noch ein bisschen Lichtschutzfaktor drin ist. Ich glaube, ja 15. Das kannst du dir auch sparen. Beide hinterlassen ein sehr pralles Gefühl. Und vor allen Dingen, wenn man die so ein paar Minuten einziehen lässt, dann hat man wirklich ein sehr, sehr schönes Finish auf der Haut. Egal bei welcher Seite. Und ihr kennt mein Content mittlerweile. Ich habe neulich ein Interview, am Wochenende ein Interview gegeben, wo ich gefragt wurde, wie es denn sein kann, dass mein Content so aufgebaut ist. Also viel Drogerie versus High End. Ich habe halt gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass es niemals teuer sein muss. Es kann teuer sein und High End Make-Up hat definitiv seine Daseinsberechtigung. Weil auch ich ganz gerne mein Produkt benutze, was etwas teurer war oder etwas ein anderes Feeling transportiert. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das euch auch nochmal erkläre. Hier geht es bei dem High End Make-Up meistens nur um Feeling. Wie ist das Packaging? Was steht drauf? Wie fühlt sich das an zu benutzen? Drogerie Make-Up ist preislich natürlich weit davon entfernt. Und ich glaube, dass es definitiv wichtig ist, dass wir da einmal drüber reden. Weil ich glaube, dass wir uns alle hübsch fühlen wollen und dass wir uns alle gut fühlen wollen. Aber es nicht sein muss, zu sagen, okay, ich zahle jetzt 60 Euro für einen Primer und esse dafür ein bisschen weniger. Wisst ihr, was ich meine? Also diesen Wert möchte ich niemals transportieren. Deswegen machen wir weiter mit einem Primer und haben auf der High End Seite einen Gucci Primer. Ich hatte auch erst so ein bisschen überlegt, mache ich das Allerteuerste versus das Aller, Allergünstigste, was ich habe. Und am Ende kam es dann fast darauf raus, dass ich in der Kiste entweder nur Hourglass, Hermes oder Natasha Denona hatte und auf der günstigsten Seite Rival Love Me. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt es mir gerne einmal. Der Gucci Primer ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Ich habe mal ein komplettes Video gemacht. Der ist so eine Mischung aus einem Feuchtigkeitsspendenden Primer und einem Pore Blurring Primer. Bei High End Produkten ist es oft so, dass eine große bekannte Marke die Sachen produziert. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Gucci ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich produziert wie bei L'Oreal. Hinterlässt auch ein sehr, sehr schönes Feeling. Auf der anderen Seite habe ich aber den Love Primer. Das ist der Aura Glow Matte Primer. Der Gucci Primer mattiert Tatsache auch so ein bisschen. Der nimmt wieder so ein bisschen Glow mit weg. Und beide hinterlassen ein sehr frisches Gefühl, aber trotzdem ein weich gezeichnetes Gefühl auf der Haut. Auch vom Packaging sind die beiden sich schon ein bisschen ähnlich. Beide haben so ein gefrostetes Glas. Beide haben dieses Baby Millennial Pink auf der Kappe oder so ein Beige. Und beide haben auch 30 Milliliter mit drin. Also sie sind vom Finish her ähnlich. Leider, leider, leider ist Love jetzt bald nicht mehr da. Es gibt aber Tatsache noch ein paar Produkte und auch bis sie abverkauft sind bei den Retailern, wie beispielsweise Peerish. Ich werde die Tage ein Paket von Love bekommen. Und dann mache ich nochmal ein Full Face Love und zeige euch nochmal die besten Produkte, die Love jemals hatte. Ich habe jetzt ganz bewusst auf Foundation verzichtet. Da werde ich eine einheitliche nehmen und zwar die L'Oreal Perfect Nude Foundation. Weil in dem Moment, wo ich zwei verschiedene Foundations habe, aber in unterschiedlichen Farben, sieht das Ergebnis so oder so nicht mehr gleich aus. Bei Foundations gibt es mittlerweile auch unzählige Videos von mir. Und das ist wirklich eine sehr erschwingliche und trotzdem sehr, sehr schöne Foundation. Davon gebe ich mir einfach so ein bisschen was auf meine Mischplatte und arbeite mir das Ganze einmal ein. Und spätestens jetzt sehen wir gar keinen Unterschied mehr unserer Base. Und das ist auch schon der erste Schritt, vor allem beim Primer, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende siehst du diesen 1 zu 1 Unterschied nicht mehr. Also hier ist es alles nicht so glowy, nicht so matt. Hier genau dasselbe, selbes Spiel. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal mit der gleichen Foundation gemacht. Einfach damit ihr seht, dass die Vorbereitung des Make-ups ist super, super wichtig. Also versteht das nicht falsch. Aber ein 5 Euro Primer macht genau dasselbe wie ein 75 Euro Primer mit eurer Haut. Ich habe mir den Concealer schon mal so ein bisschen ausgeblendet und habe Tatsache wirklich eine ganz spannende Farbe gefunden in meiner Sammlung. Und zwar hat Elf, ja, Elf ist mittlerweile zu einer richtigen Dupe-Marke mutiert. Und hat auch wirklich krasse Dupes zu dem Milk Hydro-Grip Primer, zu sämtlichen Bronzern und Contouring-Cream-Produkten von Charlotte Tilbury bzw. Fenty. Ich habe hier den Putty Blush. Ich weiß leider nicht, doch hier, warte mal. Tahiti. Die Farbe Tahiti ist so ein richtig schöner, ja, etwas gemuteter, leicht orangefarbener Blushton. Wunder, wunderschön. Ich habe geschaut, von der Textur her sind die 1 zu 1 gleich wie die Fenty Blushes. Diese kleinen Cream-Blushes habe ich auch ewig nicht mehr benutzt. Und zwei von denen sind genau dieselbe Farbe wie dieser hier. Und das sind auch Farben, die ich oft gerne zusammen kombiniere. Wir haben einmal Crush on Cupid, das ist so ein Pink. Hier seht ihr einmal den Pinken im Vergleich. Und der Aruf ist aber so ein bisschen orange-stichiger. Deswegen gehen wir noch ein bisschen in Fuego Flush mit rein, der ins Orange geht. Und so haben wir nahezu dieselbe Farbe. Und das ist sehr, sehr, sehr selten bei vor allen Dingen Blushes und bei anderen Produkten, dass es dieselbe Farbe wird. Mega. Ja, starten wir mit dem Elf Blush. Da gehe ich einfach mit dem LM1 hier rein und arbeite mir das richtig schön. Ich möchte heute einen sehr, sehr intensiven Blush haben, dass ihr auch wirklich diesen Farbklecks sehen könnt. Der lässt sich wunderbar einblenden, ohne dass ich groß mit einem Schwamm oder so nacharbeiten muss. Er hält den ganzen Tag und er sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich nehme den selben Pinsel, nur sauber, gehe also dasselbe Modell mit einem anderen Pinsel hier in Fenty und ein bisschen in den orangefarbenen Blush rein, mische mir das zusammen und habe auch hier eine wunderschöne Farbe. Und da siehst du am Ende des Tages auch keinen Unterschied mehr. Beides wunderschöne Blushes, die Pigmentierung ist gleich, das Finish, hier ist Fenty, hier ist sauber, die Pigmentierung ist gleich, das Finish ist gleich, die Langlebigkeit ist definitiv gleich. Wow. Ich liebe es. Ich liebe, liebe, liebe es, euch günstigere Alternativen zu zeigen. Genau, so wie dieses Schätzchen hier. Das ist von Catrice aus der Willens-Reihe, der Cruella Liquid Highlighter. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier so ein bisschen an die höchsten Stellen meines Gesichtes und blende mir das Ganze mit dem Finger ein. Ich habe damit die beste Erfahrung, wenn ich das hier einfach so ein bisschen einblende für so eine leichte Reflektion. Und dann gehe ich hier einfach so ein bisschen mit dem Schwamm nochmal ein bisschen lang und blende das zusammen. Das ist ein Wet Skin Highlighter. Also wenn ihr auf so leichtem Glow steht, dann ist das nichts. Aber wenn ihr auf den Charlotte Tilbury Beauty Light Wand Highlighter bzw. dem Blush steht, dann habt ihr da auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich mische mir auch da so ein bisschen die Farben zusammen, dass wir ein ähnlicheres Finish haben. Ich glaube, der ist aber mehr wie Pillow Talk, Peach Gazzin Medium oder so. Beide hinterlassen ein selbes Finish, schön glowy und schön frisch. Auch von der Applikation her. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch ist, aber worauf legt ihr Wert bei Dukes? Ich glaube, dass der Initialgedanke, den man hat, ist, das Packaging ist gleich, die Applikation ist gleich. Und meistens ist dann auch die Formulierung nicht gleich, aber das Finish ist gleich. Wisst ihr, was ich meine? Das ist meiner Meinung nach die Hauptsache. Um das Ganze ein bisschen zu fixieren, vor allem die Creme-Produkte, gehe ich ganz gerne mit demselben Produkt nochmal in der Puderform rüber. Und habe auf der günstigen Seite den neuen Essence Make-Me-Glow Highlighter. Das ist ein gebackener Highlighter, der sehr zart ist und der keine Schimmer, also keine groben Schimmerpartikel hat. Und den tupfe ich mir jetzt einfach nur hier hin. Den kann man auch sehr, sehr gut komplett overall als Finishing-Puder benutzen, wenn man das mag. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht. Ich liebe das, aber ich mache es jetzt trotzdem nicht. Hinterlässt so einen ganz, 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 ganz zarten Hauch an Glow. Auf der anderen Seite selbstverständlich Hourglass, der Ambient Luminous Light Puder. Auch hier, gebackene Texturen, ähnliche Farben, ähnliche Finishes. Ich drehe den Pinsel auf die saubere Seite, gehe hier rein. Ihr könnt beide Produkte, wie gesagt, auch als Finishing-Puder benutzen. Das mag ich ganz gerne. Es diffus, das Licht einfach im Gesicht nochmal sehr, sehr intensiv. Alright, und darauf habt ihr wahrscheinlich alle gewartet. Ich auch. Wir haben nämlich die neue Five in the Box von Catrice. Die, oh Gott, wie heißt das denn? Elegant Khaki Look. Und ich habe sie extra für dieses Video gekauft. Die Natasha Denona Mini Retro Palette. Wir haben ähnliche Farben. Ich zeige euch mal die, die am ähnlichsten sind. Einmal diesen Khaki Ton. Hier könnt ihr es sehen. Oben Catrice, unten Natasha Denona. In der Kamera sieht der sehr, sehr dunkel aus. Ist ja in echt. Also er hat einen leichten grünen Touch. Und diesen Pinky Ton. Oh, der ist gar nicht pink. Okay, krass. Also das hätte ich gar nicht gedacht, dass der hier von Natasha Denona so dunkel auf der Hand aussieht. Also hier, ne, der Finger war vielleicht noch ein bisschen voll. Und da drunter Catrice. Also ähnlich, ich weiß, ähnlich, aber, ne. Der Aufblick ist gleich. Deswegen gehe ich jetzt erstmal auf der Drogerie Seite in diesen Ton und setze mir den in die Lidfalte und blende mir den so ein bisschen aus. Dasselbe Spiel machen wir auch auf der Natasha Denona Seite. Der ist, wie gesagt, ein bisschen dunkler. Also man kann bei Natasha Denona eigentlich selten die Texturen vergleichen, weil ich glaube, dass sie so eine patentierte Formulierung hat oder eine Art, wie sie die Lidschatten so weich hinbekommt. Ein bisschen, ein paar Brands haben es geschafft, vor allen Dingen die klassischen Schimmertöne zu kopieren. Also hier diese Schimmertöne, diese ganz einfachen Schimmertöne, das kriegst du schon hin. Aber bei diesen Creamy-Mads, das wird dann wieder ein bisschen schwierig. Jetzt probieren wir mal wirklich den Key-Ton. Das ist ja dieser dunkelgrüne. Und auf der anderen Seite Natasha Denona. Was mich bei der so ein bisschen stört, aber egal, ob Catrice oder Natasha Denona, ich verstehe die Farbzusammensetzung, gesagt nicht so. Also grün und rosa zusammen kombiniert ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich sage, das ist phänomenal. Wisst ihr, was ich meine? Sie ist nicht nur so alltagstauglich. Ich bin eh so ein bisschen hin- und hergerissen bei Natasha Denona, bei diesen Mini-Paletten. Jetzt gibt es ja auch eine Dreier-Palette, die aber okay ist. Ganz ehrlich, die kostet dann aber auch schon 24 Euro. Das ist schon echt ein Haufen Schotter für drei Farben. Texturmäßig kommt diese jetzt nicht ganz so krass ran, wie die anderen Five-in-the-Box-Paletten. Es liegt aber einfach wahrscheinlich an den Farben. Alright. Und zum Abschluss haben wir selbstverständlich auch noch eine Mascara. Und zwar haben wir auf der günstigen Seite die Rival Love Me Miss Curvy Mascara. Die hat so ein Sanduhrenbürstchen, ein sehr dickes Bürstchen und vor allen Dingen eine sehr, sehr intensive Wimper, die sie hinterlässt. Also das ist schon so ein Boom. Wer einzelne ganz zahnte Wimpern mag, das ist nicht die richtige Mascara für euch. Das ist wirklich so ein Ich bin da, du siehst, dass ich Mascara drauf habe. Ich mag das ab und zu manchmal ganz gerne, vor allen Dingen, wenn ich keine Lashes trage. Auf der anderen Seite die Anastasia Beverly Hills Lash Bang Volumizing Mascara. Gleiche Füßchen. Krasse intensive Wimpern. Ihr werdet jetzt nicht mehr viel sehen. Trust me. Krass. Auf meinen Lippen trage ich jetzt einfach nur mein Lipglas auf und habe mit Sicherheit 500, 600 Euro gefühlt gespart. Was sagt ihr? Was sind eure liebsten Dupes, die farblich und optisch zumindest auf der Haut sehr, sehr ähnlich sind? Ich finde, man sieht jetzt vor allen Dingen auf der Base keinen großen Unterschied mehr. Es ist alles sehr weich und alles sehr ähnlich. Vielleicht ein bisschen bei den Lidschatten. Da war die Handhabung ein bisschen anders. Ansonsten, ich glaube, wenn man miteinander im Real Life sprechen würde, du würdest keinen Unterschied mehr merken. Ihr habt jetzt wirklich die Step-by-Steps gesehen und vielleicht, und das finde ich immer ganz spannend zu sehen, da sieht man sofort einen Unterschied. Ja, klar, weil ihr die Applikation gesehen habt. Hier im finalen Ergebnis würde man das, glaube ich, nicht mehr sehen, oder? Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Lasst euch unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!